Lalalala! Wer wird Deutscher Meister? Bayer 04 Leverkusen! Wer wird Deutscher Meister? Bayer Leverkusen! Hey! Das ist mein Song! Meint ihr das ernst? Dortmund versucht das seit 12 Jahren und hat sich ein einziges Mal geschafft. Und wie ernst ist das? Keine Angst Bayern, wir sind nicht so wie Dortmund. Immerhin sieht er es ein, wir sind weiteres besser. Ja, zugegebenermaßen, das ist ja auch nicht sonderlich schwer, ne? Aber ich bin gespannt.